So, liebe Leute, das ist nur ein kurzes Infovideo, das der Pixelcast in einer Stunde wieder stattfinden wird. Diesmal spielen wir etwas weniger, dafür quatschen wir viel mehr. Wir werden ein bisschen diskutieren, wir werden ein wenig über aktuelle News reden. Mal sehen, wie das wird. Und ich hoffe, ihr seid da, ihr seid natürlich herzlich dazu eingeladen, mitzudiskutieren. Und ja, wir freuen uns auf euer Kommen und nur ich bin erkältet, keine Sorge. Ihr müsst nicht die ganze Zeit einer Schniefnase zuhören. Also kommt, bis später.